Wie heißen die Autos, die da so rumhüften? Ähm, Lowrider Lowrider Hier, dann machen wir mal den Mucki an hier Was? Ey, das ist das dünnste Spiel, das ist so geil heute Ja, super, ich mach mal dabei so cool So, Pick, du hast es eigentlich geschafft, dass du uns mit Quadrams im Auto und wir uns 18 mal überschlagen Keine Ahnung Auf einmal macht die Bewendung auf der Stelle Ja, das ist so geil Ja, das ist so geil Ja, das ist so geil